Ja, der Bundesparteitag kommt nächstes Wochenende und ich kandidiere wieder als stellvertretender Bundesvorsitzender für die Piratenpartei Deutschland. Jetzt mögen sich manche denken, Moment, guck mal auf Urkollege. Nächste Woche, nächstes Wochenende ist der Bundesparteitag und du entscheidest dich jetzt erst dazu zu kandidieren? Ja, es gibt unterschiedliche Gründe. Und ich möchte dieses Video jetzt so ein bisschen nutzen, zu erklären, welche Konflikte ich da so ein bisschen in meinem Kopf hatte. Also einer der Gründe, das war jetzt kein Konflikt in meinem Kopf, einer der Gründe ist, dass ich häufig auf unterschiedlichen Parteitagen wahrgenommen habe, dass sich Leute mit einer Kandidatur zurückhalten, wenn sie sehen, dass dort schon Leute kandidieren. Also, ach ja, ich muss ja nicht, weil die oder der macht das schon. Und jetzt gibt es Kandidierende und das freut mich, denn damit haben alle auf diesem Parteitag eine Wahl. Und man kann jetzt aus unterschiedlichen Menschen wählen. Man muss sich mit diesen auseinandersetzen, mit den Wegen und mit den unterschiedlichen Thesen. Und das finde ich sehr gut. Ja, und der zweite Grund ist, dass ich die Vermutung habe, dass ich zu alt bin. Ich glaube, ich bin der jüngste im Bundesvorstand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der jüngste im aktuell amtierenden Bundesvorstand bin. Ich bin 30 Jahre alt. Und was jetzt in diesem vergangenen Jahr passiert ist, Vorstandszeit, was für mich gerade seit Februar passiert ist, seit Februar 2019 passiert ist, ist, dass durch die ganzen Artikel 13 Demos und auch Fridays for Future sehr viel von der Jugendbewegung nach oben kommt. Und das ist gut so. Also, sehr viele Jugendliche engagieren sich, wollen sich engagieren, werden politisch, sind zunehmend politisch. Und das ist eine sehr gute Sache. Hier frage ich mich einerseits, wie gut ich diese Menschen quasi repräsentiere. Ich bin 30 Jahre alt. Manchmal mehr als doppelt so alt, wie viele Leute, die dort demonstrieren waren. Und auf der anderen Seite sehe ich dann, dass ich dann auf den Artikel 13 Demos dann zum Beispiel vielen Leuten erklärt habe, wie sie sich dann politisch engagieren können. Viele haben gefordert, ja, warum können wir denn nicht einfach so und so machen? Warum müssen wir jetzt? Warum muss das diskutiert werden? Warum geht es sonst? Ist, naja, die Welt ist ein bisschen, oder die politische Welt ist ein bisschen komplexer, als dass man das von außen sehen oder sehen möchte. Manchmal kam ich mir dann so ein bisschen wie so ein Väterchen dann vor, der dann Leuten erzählte, ja, aber in Wirklichkeit ist das alles ein bisschen schwieriger. Und wenn du das erstmal weißt, dann. Und da habe ich Angst, dass ich da zu lange schon dabei bin, dass ich zu sehr in Verwaltung drinstecke, dass ich zu sehr in den gängigen politischen Diskussionen drinstecke. Und dass vielleicht das Aktivistische, was jetzt benötigt wird auf der Straße, auf den Demos in unserer Partei, dass mir das ein bisschen fehlt. Oder vielleicht sogar mittlerweile gänzlich. Wenn jemand mein 19-jähriges Ich zurückdenke und das versuche ich mir so immer wieder in Erinnerung zu rufen, und was wollte ich und wie hätte ich es gemacht, als ich 19 war. Mittlerweile vieles anders, als das ich mir damals vorstellte. Und ja, ich möchte eigentlich immer, ich versuche zumindestens immer, immer diese Partei nach vorne zu bringen. Ich halte diese Partei für eine junge Partei, nicht nur von ihrem Gründungsalter her, sondern auch tatsächlich noch von ihrem Durchschnittsalter, der Mitglieder. Und durch Artikel 13 und auch Fridays for Future haben viele neue Leute gewonnen. Und da hatte ich etwas Angst, dass ich diese Menschen einfach nicht gut repräsentieren kann. Jetzt habe ich mit vielen Leuten nochmal darüber gesprochen, mit den neu zugekommenen Leuten auch. Was sie sich dann so vom Bundesvorstand auch vorstellen. Was sie sich auch von meinem Amt durchaus vorstellen. Was sie sich von mir fordern würden. Und ja, einige Sachen, einige Konflikte habe ich selber gesehen. Es geht zum Beispiel mehr Kommunikation, zum Beispiel zu den Medien, wo dann auch viele Leute sind. Discord zum Beispiel. Aber es wurden auch über andere Medien nach angesprochen. Und ich habe das auch mit den Videos hier viel zu seltenen eigentlich gemacht. Ich glaube nur bis zum Sommer hin, weil dann, weiß ich nicht, war ich auch noch am Fahrrad fahren. Und ich bin dann auch irgendwie, habe Fotos gemacht. Mein Hobby, so nachdem Wahlkampf vorbei war, habe ich mich wieder ein bisschen mehr Zeit darum gekümmert. Ja, das habe ich vernachlässigt. Und das möchte ich weiter ausbauen. Oder möchte ich wieder einführen, möchte ich wieder ausbauen. Dass ich durch Videos zum Beispiel mehr Kommunikation antrete und dass ich auch die Kommunikation dorthin bringe, wo die neuen, jungen Leute sind. Und ich möchte mich quasi, ja wie sagt man jetzt so schön, um den Aufbau, um die Bildung, wie funktioniert unsere Partei und wie funktioniert vielleicht die Politik bei vielen Neumitgliedern drum kümmern. Und ich glaube, da ist jetzt sehr viel Potenzial, haben wir da als Partei. Und ich glaube, da kann ich viele meiner Eigenschaften durchaus anbringen. Und von daher kandidiere ich dann doch, nachdem ich diese Konflikte in meinem Kopf lösen konnte, wieder für den Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland. Und ich glaube, da kann ich wieder ausbauen, wenn ich diese Konflikte in meinem Kopf lösen kann.